Hallo ihr Lieben! Willkommen zum ersten Tag der Violetterwoche. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich mir vorgenommen, jede Woche zu einem bestimmten Thema jeden einzelnen Tag von Montag bis Freitag ein Topmodel auszumalen und das für euch. Wenn ihr irgendwelche Tipps haben wollt oder Tutorials, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben oder für Ideen, was die nächsten Wochen angeht, welche Topmodels ich noch malen soll. Das könnt ihr mir auch in den Kommentaren hinterlassen. Ich lese das sehr gerne und werde das bestimmt auch umsetzen. Und ja, wenn euch die Idee gefällt, dass ich jeden Tag ein Topmodel male oder wenn euch die Outfits gefallen, dann könnt ihr ja gerne ein Like hinterlassen oder wenn ihr mehr sehen wollt, mich abonnieren. Ich würde mich riesig darüber freuen und bis bald! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020